Herzlich willkommen zu diesem Beispiel zu Exponentialfunktionen. In dieser Abbildung ist das Auf- und Abschwingen des Baumkronenpfads vom Tiergarten Schönbrunn dargestellt an einer bestimmten Stelle und wir sollen nun einerseits aus der Grafik ablesen, wo die Auslenkung maximal ist, dann sollen wir den Parameter d bestimmen, dieser einhüllenden Exponentialfunktion f und wir sollen mathematisch begründen, warum für den Parameter a dieser Funktion 0 a 1 gilt. Hier haben wir nochmals diese Funktion f ist gleich g mal a hoch t dargestellt. Die maximale Auslenkung lässt sich recht leicht ablesen. Hier an dieser Stelle haben wir die maximale Auslenkung, das heißt so in etwa 0,16 0,17 wäre diese maximale Auslenkung. Den Parameter c zu bestimmen, dieser einhüllenden Funktion f von t ist c mal a hoch t und die Begründung für den Parameter möchte ich nochmals mit Hilfe einer kurzen Grafik erklären. Und zwar einerseits dieser Durchgang durch die Achse, der wird bestimmt durch den Parameter c, das heißt der Parameter c sorgt dafür, wo der Funktionsgraf die f von x-Achse durchschneidet, gibt also den sogenannten Ordinatenabschnitt an. Der Parameter a bestimmt das Monotonieverhalten einer Exponentialfunktion. Je größer der Betrag von a, umso steiler wird diese Kurve. Wird der Betrag von a nun kleiner, bleibt aber positiv, haben wir es mit einer flacheren Kurve zu tun, aber immer noch streng monoton steigend. Erst wenn dieser Parameter kleiner wird als 1, haben wir es zu tun mit einer streng monoton ballenden Funktion, die immer steiler wird, je näher man zu 0 kommt. Also, für unsere einhüllende Funktion bedeutet das also, wir sollen den Parameter c aus der Grafik ablesen. Nichts einfacher als das, denn das ist ja, wie soeben gesehen, dieser Ordinatenabschnitt, heißt also 0,2, das c ist 0,2. Und wir sollen mathematisch begründen, warum für den Parameter a gilt, dass er zwischen 0 und 1 liegt. Naja, das lässt sich ganz einfach damit begründen, dass es sich um eine streng monoton ballende Exponentialfunktion handelt und deswegen muss der Parameter a zwischen 0 und 1 liegen, denn wäre er größer als 1, dann müsste der Verlauf ein streng monoton steigender sein. Somit haben wir dieses Beispiel fertig gelöst.